Mir egal. Ok, ich place ihn hier. 3, 2, 1, go! Brennen. Jo, er schießt eh auf dich. Alles gut. Ich werde komplett ignoriert. Ich kann ihn in den Rücken ballern. Oh, jetzt muss ich gleich ein bisschen weg. Ah, ist auch in deine Richtung. Boah, jetzt haben wir damage gemacht. Ja, ich kann ihm die ganze Zeit in den Rücken schießen. Er schaut ja immer noch zu dir. Ein bisschen mehr. Zack, gleich ist er weg. Ignoriert mich irgendwie. Oh. Also... Hast du schon wieder so ein Ding bekommen? Weißt du, was ich bekommen habe? Santas Bogen. Oh, den behalte ich. Das sind die... Das sind die...